Unter dem Motto Kataus im Wandel haben die Werkstätten Kataus ihr Leistungsspektrum ab Januar 2020 verändert. Im neu geschaffenen Tagungsraum, vorher Boutique Kataus, trafen sich jetzt Dülmüner Unternehmer sowie Vertreter aus Presse und Politik. Werkstattleiter Christoph Lovens erläuterte die Veränderungen. Wir haben heute die offizielle Eröffnung, wie ich es nenne, den Dreiklang der Kataus. Das neue Café-Kataus, der neue Laden-Kataus und hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, der neue Dialog-Kataus, unser neuer Tagungsraum, den wir für die Öffentlichkeit anbieten. Unter dem Motto Dialog-Kataus, Tagen und Treffen, soll das Gebäude der ehemaligen Boutique künftig für Tagungen von externen Unternehmen zur Verfügung stehen. Wir weihen ja heute hier auch unter anderem den neuen Tagungsraum Dialog-Kataus ein. Und in diesem Tagungsraum wollen wir Tagungen stattfinden lassen von Unternehmen, von Firmen, die hier aus der Region kommen und die für ihre Tagungen oder auch für ihre Events diesen Raum buchen können. Und ja, die Einrichtung ist sehr geschmackvoll gelungen. Und wir haben hier modernste Technik. Man kann Videokonferenzen auch abhalten. Und das werden wir heute den Gästen schon mal vorstellen. Besonders die veränderten Öffnungszeiten des Café-Kataus seien von den Besuchern kritisiert worden. Mit Blick auf die Beschäftigungszeiten in den Werkstätten sei es jedoch immer schwieriger geworden, Beschäftigte zu finden, die außerhalb dieser Zeit im Café länger arbeiten als in der Werkstatt. Insgesamt 520 Beschäftigte arbeiten hier. Ja, neu ist auch natürlich unser Café-Kataus mit geänderten Öffnungszeiten. Montags bis freitags ab 9 Uhr bis 15 Uhr in der Woche und am Freitag bis 14 Uhr. Das Neue ist halt ein neues Frühstücksbuffet und eine reichhaltige Mittagskarte mit unterschiedlichen Angeboten. Durch Umbau wurde das Angebot des Ladens unter dem Namen Bio und Boutique zusammengelegt. In den neuen Räumen finden die Besucher jetzt ausgesuchte ökologische Lebensmittel, teils aus der eigenen Bioland-Gärtnerei. Daneben wird dort auch der bewährte Mix aus Dekoartikeln und Spielwaren zu finden sein. Der neue Laden-Kataus besteht also aus Boutique und Bioladen und da haben wir auch natürlich unser Angebot nochmal erweitert. Gerade im Bereich Bioladen haben wir eine frische Theke, wo wir Käse, Bio-Käse anbieten. Und das kommt, also der Laden ist ja schon ein bisschen auf, der ist schon seit dem Winterzauber auf und kommt bei den Kunden bisher sehr gut an. Die Werkstätten-Kataus hoffen, dass die vorgenommenen Veränderungen von den Besuchern akzeptiert und angenommen werden.